Nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und ich kündige das nächste Turnier an. Und dabei ist das letzte Turnier gerade erst durch. Okay, Spaß beiseite, diesmal wirklich. Falls ihr das Turnier nachholen wollt, das ist mein zweites Smash-Turnier, dann könnt ihr das in meinem Kanal tun. Und wenn ihr Abonnenten seid, für als Subscriber, ist das hier oben eingebettet, weil alleine das Video, was ihr hier gerade seht, verschiebt das Video eins nach rechts und so weiter. Also ich weiß nicht, wann ihr das Video hier seht. Auf jeden Fall ist das hier oben erstmal eingebettet, die nächsten Tage, wenn ihr Abonnenten seid. Ansonsten findet ihr es hier in der Leiste oder unter Videos dann irgendwo an einer Stelle. Je nachdem, wann ihr das Video hier seht. Könnt ihr das Turnier nochmal nachholen. Und ich habe es mit Michaels zusammengestreamt. Danke nochmal an Michaels. Ihr könnt dann die Spiele, die er, also die Matches, die er übertragen hat, könnt ihr hier in diesen beiden Videos sehen. Link dazu wird in der Videobeschreibung sein. Einmal das Video, was eine Stunde lang ist und einmal das Video, was drei Stunden lang ist. Smash-Brush-Turnier-Ausrufezeichen mit DonF204-Ausrufezeichen. Die beiden Videos sind für euch dann entscheidend. Und ihr müsst natürlich auch nicht alle Matches gucken. Ihr könnt ja die Matches gucken, die euch interessieren. Ich werde auf jeden Fall die Tabelle am Ende des Videos nochmal zeigen und nochmal kurz durchsprechen. Kann auch ein bisschen länger dauern. Aber wir machen erstmal das Wichtigste zuerst. Und ich werde natürlich dann auch eine Spoiler-Warnung rausgeben, weil vielleicht will einer das Turnier nochmal nachträglich sehen und nicht wissen, wer, wann, wo gewinnt und warum. Ähm, dementsprechend werde ich da nochmal eine Spoiler-Warnung rausgeben. Also, keine Angst, Leute. Ihr könnt dranbleiben, auch wenn ihr das Turnier noch sehen wollt. Gut. Und ihr könnt euch direkt für das nächste Smash-Turnier anmelden. Was habe ich vor? Wann habe ich es vor? Ähm, vor habe ich es am... Jetzt kommt's. 3. Januar 2021. Also nicht 2020, wir reisen nicht in die Zeit zurück, sondern 2021, 3. Januar. Das Datum ist nicht 100% fix. Es kann immer was dazwischen kommen. Krankheit, keine Ahnung, irgendwas anderes. Es kann immer was dazwischen kommen. Ich würde diesen Tag anpeilen. Gut. Es kann, wie gesagt, immer was dazwischen kommen. Ähm, ich habe zum Beispiel auch, ähm, Michaels war krank, was man in den Videos auch deutlich sehen kann. Ähm, er war erkältet. Und da habe ich ihm auch gesagt, hey, wir können das Turnier auch verschieben. Hey, deine Gesundheit geht vor. Aber er hat gemeint, es ist alles in Ordnung, es geht. Ähm, es war natürlich ein bisschen blassen für ihn zusätzlich, klar. Und deswegen nochmal doppelt Dank an dich, Michaels. Ähm, wie gesagt, war halt etwas blass. Belastend für ihn. Aber, er hat es geschafft. Aber, wie gesagt, beißt euch nicht an diesen Terminen fest. Also, wenn es wirklich, also wenn, wenn, wenn irgendwas dazwischen kommt, es kann immer passieren, dass ich krank werde, die Treppe runterfalle. Oder, keine Ahnung, irgendwas anderes passiert. Irgendwas Schlimmes oder weniger Schlimmes. Es kann auch was weniger Schlimmes sein. Stromausfall oder, keine Ahnung, mein Rechner geht kaputt. Oder meine Switch geht kaputt oder so. Das kann alles durchaus passieren. Ist ja nicht schlimm, ist ersetzbar, aber, dann kann ich halt nicht streamen. Geht halt einfach nicht. Es sollte klar sein. Capture Card geht kaputt oder so. Was weiß ich. Kann immer was passieren. Ähm, HDMI-Kabel geht plötzlich kaputt. Ähm, und das direkt, äh, am Sonntag. Dann kann ich schlecht neues kaufen. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also, das kann jederzeit passieren. Na gut, ich hab dutzende HDMI-Kabel hier rumliegen. Aber, ihr wisst, was ich meine. Ja, irgendwas kann halt passieren. So, gut. Alles klar. Gut. Monitor gibt einen Geist auf. Oder, was weiß der Geier. So, gut. Zurück zum Thema. Ähm, oder ich gebe einen Geist auf. Nein, Quatsch. Okay, zurück zum Thema. Äh, zurück zum Thema. Gut. Und das nächste Turnier. Ihr könnt euch ab heute anmelden. Wir machen entweder mit 32 Spielern. Ja, die Spielerzahl erhöht sich. Aber das hat auch einen Grund. Werdet ihr gleich sehen. Oder hören. Oder mit 16 Spielern. Also, wir geben uns nicht mehr mit 8 Spielern zufrieden. Definitiv nicht. Wir machen 16 oder 32 Spieler. Wenn sich dementsprechend zum Beispiel 18 Spieler melden, werde ich die ersten 16 Spieler nehmen im Turnier, die sich gemeldet haben. Und falls einer davon krank wird oder zwei, sind die anderen dann auf Reserve. Falls sie denn dann live im Stream sind. Das heißt also, wenn es zwischen 16 und 32 Spieler sind, die sich anmelden. Ich gebe auf jeden Fall die 16 Spieler bekannt. Sobald sich 16 Spieler gemeldet haben, gebe ich sie bekannt. Aber, ähm, lasst mich erstmal zu Ende reden, bevor ihr euch anmeldet. Bitte. Gut, danke. Ich sehe schon, ihr wollt euch schon in den Kommentaren anmelden. Aber nein, 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 nein. Lasst mich erstmal ausreden. Gut. Ganz einfach. Ähm, wie gesagt, wenn sich zum Beispiel 20 Leute anmelden, dann sind halt vier auf Reserve. Es ist halt so, geht halt nicht anders. Es ist, wie es ist. Gut. Nur, dass wir das abgeklärt haben. Und ich nehme die ersten 16, die sich bei mir melden. Falls es da irgendwie Streitigkeiten gibt, weil sich zwei nahezu gleichzeitig gemeldet haben und irgendwie jetzt keiner wahrhaben will, dass er sich nach dem anderen gemeldet hat, ähm, dann können wir das Ganze auch in Smash klären. Kein Thema. Dann versucht euch gegenseitig in Smash zu verkloppen und der Gewinner ist dann im Turnier. Ist mir auch egal. Es sei denn, ich kann eindeutig erkennen, wer sich zuerst gemeldet hat. Was auch ziemlich schnell der Fall sein kann, weil ich sehe in den Kommentaren, wann die gekommen sind. Also, eigentlich könnt ihr da nicht betrügen. Das könnt ihr mir versprechen. Da könnt ihr eigentlich nicht betrügen. Ähm, dementsprechend, wie gesagt, selbst wenn Kommentare nahezu gleichzeitig gekommen sind, also vielleicht eine Sekunde Abstand oder so, selbst dann kann man das irgendwie klären. Wir kriegen das schon hin. Gut. Ähm, so. Also, das letzte Wort habe natürlich immer ich. Das ist klar. Also, auch, also, wenn jetzt hier jemand kommt und sich fünf Sekunden später gemeldet hat, kann ich auch einfach sagen, hier, der andere hat sich fünf Sekunden eher gemeldet, hast halt Pech gehabt. Dann ist es halt so. Kann ich auch sagen. Also, mein Wort ist Gesetz an der Stelle. Das dürft ihr nicht vergessen. Gut. Aber, bevor ihr euch meldet, bevor ihr euch meldet, hört jetzt bitte zu. Das ist jetzt wirklich wichtig. Erstens, ihr meldet euch in den Kommentaren. Hier unter diesem Video. Nirgendwo anders. Sonst muss ich das alles zusammenkramen. Das ist mir zu aufwendig. Ihr meldet euch hier in den Kommentaren. Ihr braucht einen YouTube- und einen Twitch-Account. Okay. Das ist schon mal Grundvoraussetzung. YouTube-Account sowieso, weil ihr sonst keinen Kommentar schreiben könnt hier unter dem Video. Sollte klar sein. Gut. Die beiden Dinge braucht ihr. YouTube- oder Twitch-Account. Ich weiß nicht, ob ich einen Co-Stream brauche oder ob ich es komplett alleine streame dieses Mal. Falls ich einen Co-Stream brauche, wäre dann halt der Twitch-Profil nötig, um dort dann im Chat schreiben zu können. Und falls nicht, dann ist das auch nicht schlimm. Schadet dir auch nicht, so ein Profil zu haben. Tut dir auch nicht weh. Einfach ein Profil ohne Sinn erstellen. Man muss ja damit auch nichts machen. Gut. Haben wir das auch erklärt. Gut. Aber bevor ihr euch meldet, meldet euch bitte noch nicht. Ich sehe schon die ersten schon, die sich in den Kommentaren melden wollen. Nein, 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 nein. Noch nicht. Ich will noch was ansprechen. Es wird kein normales Turnier wie die letzten beiden. Also normal in Anführungszeichen. Auch das wird normal. Sondern wir ändern was. Wir spielen zwei gegen zwei. Also ihr braucht ein Team. Bitte meldet euch nur im Team. Ich brauche drei Dinge. Erstens. Den Teamnamen. Jedes Team soll einen Namen haben. Einen coolen Fashion-Namen, bitte. Zweitens. Die beiden Teilnehmer. Logischerweise. Das ist dann zweitens und drittens. Das brauche ich. Also ich brauche den Teamnamen und die beiden Teilnehmernamen. Also wenn ihr jetzt einen Kommentar reinschreibt, schreibt bitte rein, wie euer Team heißen soll. Und wie die Teilnehmer heißen, die beiden. Gut. Jetzt werden bestimmt schon die ersten wegschalten. Nein, tut es nicht. Bleibt dran. Weil wir können die Teams auch, wenn ihr noch keinen Teampartner habt. Ihr habt keine Freunde, die Smash spielen oder so. Keine echten lebenden Freunde. Oder die haben selber keine Switch und haben sonst nur bei euch gespielt. Und haben vielleicht auch nicht das Spiel oder so. Man muss sie nicht extra kaufen für so ein Turnier. Das ist ja Quatsch. Aber die spielen vielleicht gerne mit bei euch. Ist egal. Gut. Dann könnt ihr diese natürlich nicht mit ins Turnier nehmen. Weil es ist ein Online-Turnier. Wird schwierig. Wird sehr schwierig, wenn sie keine eigene Switch haben. Keine eigene Nintendo Online-Mitgliedschaft, die natürlich auch Pflicht ist. Und kein Spiel haben. Das ist dann natürlich durchaus nicht möglich. Das heißt, ihr habt dann vielleicht eventuell unter Umständen keinen Partner, mit dem ihr zusammen spielen könnt. Und da komme ich jetzt ins Spiel. Entweder sucht ihr euch einen Partner über meinen Discord-Server. Link dazu wird in der Videobeschreibung sein. Oder ihr kommt zu meinen Trainingsrunden. Trainiert dort mit ein paar anderen Leuten. Da werden sich sicherlich ein paar einfinden. Trainiert dort ein bisschen mit ein paar anderen Leuten, die Lust haben. Und vielleicht auch noch keinen Partner haben. Und da findet sich sicherlich was. Und wenn ihr was gefunden habt, schreibt einfach unter dieses Video hier, wen ihr gefunden habt und wie euer Team heißen soll. Schreibt also, wie gesagt, das bleibt gleich. Schreibt dann einfach euren Namen. Also euren Teamnamen. Und die beiden Teilnehmernamen hier unten rein. Ins selbe Kommentar bitte. Okay. Nur damit ich das dann besser zuordnen kann. Gut. Ab jetzt sind die Anmeldungen auf jeden Fall frei. Meldet euch nur, wenn ihr am Januar auch Zeit habt. Am 3. Januar. Falls ihr da nicht Zeit habt. Obwohl ihr dachtet, dass ihr da Zeit habt. Keine Ahnung. Kurzfristig ausfällt. Sagt es, sobald ihr es wisst. Sagt, sobald ihr wisst, dass ihr nicht teilnehmen könnt. Sagt es mir. Weil dann kann ich vielleicht jemand anderen dann Bescheid geben, der sich vielleicht für Reserve gemeldet hat. Dass diese Person dann teilnehmen kann. Oder wenn euer Teampartner plötzlich keine Zeit hat. Vielleicht findet sich ein neuer Teampartner. Meldet das so zeitig wie möglich. Okay. Nur, dass das auch klar ist. Aber meldet es auch nur, wenn ihr wirklich wisst, dass ihr nicht kommen könnt. Nicht, dass es dann heißt plötzlich. Oh, jetzt kann ich doch kommen. Weil dann ist es halt auch ein bisschen schwierig für mich dann wieder jemand anderen wieder wegzuschicken. Etc. Ich werde auch teilnehmen. Und diesmal werde ich wirklich teilnehmen. Ich habe aber keinen Teampartner. Da weiß ich noch nicht, wen ich nehme. Mal gucken. Vielleicht findet sich da einer. Ist egal. Vielleicht nehme ich auch Mimi. Müsste ich ihr nur das Spiel besorgen. Sie hat das Spiel nicht. Aber daran soll es nicht scheinern. Vielleicht nehme ich Mimi. Mimi, wenn du das hier hörst. Das ist eine Einladung von mir. Das Spiel besorge ich dir vielleicht. Und dann spielen wir es gemeinsam. Auch wenn wir verlieren. Lol. Ist doch nur ein Spiel. Aber du wirst wahrscheinlich nicht wollen. Also suche ich mir einen anderen. Ich kriege das schon hin. Gut. Und wenn ich keinen finde, mache ich halt nicht mit. Und mache nur einen Moderator. Ist auch gut. Gut. Das war es eigentlich soweit. Ich werde noch ein paar andere Sachen an den Regeln ändern. Beziehungsweise am Ablauf des kompletten Turniers. An den Dingen, die im Vorfeld ablaufen. Dinge, die während des Turniers ablaufen. Und Dinge, die im Nachhinein ablaufen. Es gab auch eine hitzige Diskussion in meinem Discord-Server. Die ich komplett gelöscht habe. Ihr braucht nicht danach suchen. Die habe ich komplett gelöscht. Und ich möchte mich auch an dieser Stelle bei allen Teilnehmern dieser Diskussion nochmal entschuldigen. Weil die Diskussion etwas hitziger geworden ist. Natürlich aus. Also von allen Seiten aus. Nicht nur von meiner Seite aus. Aber ich möchte mich auf jeden Fall für meinen Part entschuldigen. Weil das so, das war nicht richtig. Es wurde zu hitzig. Es wurde nicht beleidigend. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Aber es wurde halt ein bisschen hitziger. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen. Das war so nicht richtig. Es war direkt nach dem Turnier. Ich war vielleicht ein bisschen gestresst auch. Und vielleicht dann auch ein bisschen enttäuscht. Dass direkt schon die Ersten kamen. Und sich negativ dazu geäußert haben. Über den Turnierablauf. Kann ich verstehen auch durchaus. Smash ist halt nur mal ein hitziges Thema. Beziehungsweise E-Sport und Sport im Allgemeinen. Wer kennt es nicht. Dass auch, keine Ahnung, beim Fußball, dass da eine dritte Halbzeit kommt. Und man sich gegenseitig auf den Kopf kloppt. Soll nicht passieren. Definitiv. Es ist aber, es ist der sportliche Ehrgeiz, der uns da vielleicht ein bisschen im Weg steht. Manchmal. Wie gesagt, ich entschuldige mich auf jeden Fall dafür, dass ich da vielleicht ein bisschen überreagiert habe. War halt, wie gesagt, ein bisschen gestresst nach den ganzen Extremen. Und auch ein bisschen enttäuscht dann. Dass ich da auch mein privates Geld und meine private Zeit dafür bereitstelle, alles zu organisieren und zu machen. Die Preise stelle, wie gesagt, von meinem privaten Geld. Das ist ja nicht irgendwie Geld, was ich von euch nehme oder so. Das kommt nur von mir. Und dann war ich etwas enttäuscht vielleicht, dass da nur kritisiert wurde, mehr oder weniger. Und auch noch halt in meinen Augen zu diesem Zeitpunkt. Und ich sehe es auch jetzt noch so, dass da vielleicht halt auch am falschen Ende kritisiert wurde. Es wurden ein paar Sachen vielleicht zu ernst genommen, die ich jetzt persönlich nicht so ernst sehe. Werde ich aber natürlich auch beachten. Und in mein zukünftiges Turnier mit einbauen. Und ich, ja, ich muss einfach, mir muss einfach klar sein, dass andere das vielleicht alles ein bisschen ernster sehen, als ich das sehe. Ich sehe dahinter eigentlich nur den Spaß. Die Preise mache ich auch nur just for fun, wenn ich sie denn mache. Aber auch beim nächsten Turnier wird es definitiv noch Preise geben. Verspreche ich an dieser Stelle. Was genau, weiß ich noch nicht. Es wird auf jeden Fall Preise geben. Aber, ja, gut. Gut, danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich gebe jetzt die Spoilerwarnung raus. Und zeige jetzt die Tabelle. Ihr könnt an dieser Stelle jetzt das Video ausmachen und euch das Turnier angucken. Einmal hier bei mir im Kanal, hier direkt hier eingebettet, hier oben. Wenn ihr Abonnenten seid, ansonsten hier unten in der Leiste oder hier bei Videos. Und bei Malkholz, Link ist in der Videobeschreibung zu dieser Seite hier. Diese beiden Videos, auch wenn sie zum Beispiel mittlerweile weiter rechts stehen, weil da noch andere Streams sind. Diese beiden Videos hier auf jeden Fall. Hier mit 88 Aufrufe, 130 Aufrufe, top. Also ich denke mal, das ist definitiv eine gute Zahl für Malkholz, wenn ich das so sehe. Und ich denke mal, da ist er auch zufrieden. Gut. Gut, danke an dieser Stelle auf jeden Fall fürs Zusehen. Ihr könnt, wie gesagt, ausmachen. Ich zeige jetzt die Tabelle. In 3, 2, 1. Spoiler! Okay, das ist die Tabelle. Ich gratuliere an dieser Stelle nochmal Smashfire, dem Gewinner des Turniers. Aber ich gratuliere auch allen anderen Teilnehmern, die sich sehr gut geschlagen haben. Und das haben eigentlich nahezu alle. Also mir fällt jetzt spontan keiner ein, der wirklich gar nicht liefern konnte. Also der wirklich überhaupt gar nicht liefern konnte. Ich sehe jetzt spontan auf der Tabelle auch niemanden, der nicht liefern konnte. Es gibt vielleicht Leute, die nicht wirklich glänzen konnten, weil die Gegner zu stark waren. Das ist klar. Das gibt es immer. Ist halt schwierig in so einem Turnier, wo die Spielerfertigkeiten sehr, sehr unterschiedlich sind. Und viele haben halt auch seit dem letzten Turnier viel dazugelernt. Unter anderem auch Smashfire. Ja, also ich war richtig erstaunt. Also Smashfire, Hut ab nochmal. Du hast dich nochmal gesteigert. Oder auch positiv aufgefallen, Neminus. Neminus hat sich auch sehr gesteigert im Vergleich zum letzten Turnier, habe ich das Gefühl. Also Neminus, Top-Leistung. Auch wenn es nicht gereicht hat hier gegen Whitefire, bist du dann rausgeflogen. Ja, hat nicht gereicht. Aber Whitefire war aber auch ein starker Gegner. Das muss man an dieser Stelle auch sagen. Und Neminus, du hast alles gegeben. Und ja, kann man halt nichts machen. Du hast dich auf jeden Fall gesteigert, würde ich behaupten. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass du besser warst als beim letzten Turnier. Dir fehlt eigentlich im Grunde noch so richtig der Main-Character, wobei jetzt Pit sah schon ganz gut aus. Aber der Main-Character, wo du jetzt wirklich sagst, das ist mein Charakter, den pushe ich nach oben. Mit dem reiße ich jetzt das ganze Turnier. Weil das hat man halt auch gemerkt, die Leute, die sich auf einen Charakter spezialisiert haben, sind meistens auch relativ weit gekommen. Meistens, keine Ahnung, Joel mit seinem Cloud, Lenny mit seinem Wario, Malkuls hier mit seinem Mario natürlich und so weiter und so fort. Die sind eigentlich relativ weit gekommen. Wenn man halt einen Charakter so weit pusht, dass er halt unglaublich gut ist, dann kommt man auch sehr, sehr weit. Natürlich gibt es auch Ausnahmefälle, wie zum Beispiel Smashfire. Der ist so gut, der kommt mit vielen, vielen, vielen Charakteren klar. Und der würde wahrscheinlich das Turnier mit jedem Charakter aus dem Roster gewinnen. Gut, jetzt vielleicht nicht mit jedem, aber ihr wisst, was ich meine. Gut, das war es eigentlich soweit von mir. Ich sage nochmal Danke an alle. Ich will das Video jetzt auch nicht sinnlos strecken. Ich könnte jetzt nochmal eine halbe Stunde darüber reden. Über die einzelnen Matches. Es gibt sehr viele Matches, die ihr euch ansehen solltet, die ich euch wirklich empfehlen kann. Lenny gegen Malkuls zum Beispiel. War ein sehr, sehr spannendes Match. Zumal ich auch ein bisschen traurig bin, weil Lenny hätte gewonnen. Er hätte gewonnen, Leute. Oh, Lenny. Mensch, du hast einen kleinen Fehler gemacht. Und dieser kleine Fehler hat dir vielleicht sehr viel gekostet. Du wärst dann an dieser Stelle gelandet. Wahrscheinlich. Also erstmal an dieser Stelle und hättest gegen Smashfire gespielt. Und hättest vielleicht höchstwahrscheinlich verloren. Gehe ich mal von aus einfach mal. Wobei man das nie wissen kann. Und wärst dann an dieser Stelle gelandet und nicht an dieser Stelle. Also selbst wenn du gegen Smashfire verloren hättest, wärst du an dieser Stelle gelandet. Und hättest dann vielleicht gegen Whitefire vielleicht gewonnen. Und wärst dann im Finale gewesen und hättest schon einen Preis gekriegt. So hast du quasi nichts gekriegt. Schade drum. Echt schade drum. Lenny, also da hast du dir selbst ein bisschen das Bein gestellt. Ein bisschen ärgerlich. Also der kleine Fehler. Aber natürlich liegen die Nerven blank im Turnier. Und das, also ich hab da allergrößtes Verständnis für. Wirklich, ich hab da, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch. Teilweise. Und das kennen die Leute ja auch von mir. Dass ich mich in Smash spiele. Manchmal sehr reinsteigere. Manchmal etwas emotional reagiere. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht gut bin in Smash. Also einer der Gründe. Und weil ich mittlerweile auch nicht mehr so schnell lerne. Und meine Reflexe auch ein bisschen eingerostet sind. Das gebe ich auch an der Stelle zu. Ich werde auch kein guter Smash-Spieler mehr. Das hat sich erledigt. Und hätte ich auch nie werden können. Eben weil meine Emotionen einfach, die kann ich nicht zügeln manchmal. Ich bin manchmal einfach so, wenn ich einen Fehler mache, bin ich übelst down. Und kann mich nicht mehr konzentrieren. Oder wenn irgendwas komisches, blödes passiert im Match. Dann bin ich einfach irgendwie ein bisschen aggro. Und na, das ist, das ist. Ich werde niemals ein guter Smash-Spieler. Aber das ist nicht schlimm. Ich kann damit leben. Und ich sehe euch auch gerne zu, wie ihr spielt. Also ich habe gerne gesehen hier das Match. Lenny gegen Malkuls als Beispiel. War ein Top-Match. Oder hier Malkuls gegen Smashfire war ein Top-Match. Smashfire gegen Malkuls war ein Top-Match. Whitefire gegen Malkuls war ein Top-Match. Joel gegen Whitefire war ein Top-Match. Und so weiter. Es gibt viele Top-Matches. Hier, Fail Forever gegen Luigi war ein Top-Match. Also das war richtig mega spannend. Oder Whitefire gegen Shadow Dark Soul. Beide haben sich nichts geschenkt. Aber wirklich gar nichts geschenkt. Top. Richtig, richtig Top-Match. Also wirklich. Whitefire hat es auch sehr, sehr schwer gehabt. Und ich habe auch kurz überlegt, ob ich dem dritten Platz auch was gebe. Aber Whitefire hat es wirklich schwer gehabt. Erst direkt am Anfang gegen Smashfire. Ja. Gegen den Champ vom letzten Mal. Ins Loser-Bracket kam er dann. War zu erwarten. Also es hätte auch anders kommen können. Logisch. Und dann gegen Shadow Dark Soul, der ja auch wirklich nicht schlecht ist, gewonnen. Dann gegen Nemynis gespielt und gewonnen. Nemynis ist auch nicht schlecht. Definitiv nicht. Also alles andere als schlecht. Beide definitiv keine schwachen Gegner. Und beide hat er weggefegt. Top. Also man kann nichts sagen. Hier hat er sogar gegen Joel gewonnen. Also entgegen meiner Erwartung. Sorry Whitefire. Aber entgegen meiner Erwartung hat er Joel besiegt. Die waren so even, die beiden. Also selbst Malkuls war komplett sprachlos fast gefühlt. Also das war richtig heftig. Also Hut ab nochmal an der Stelle. Whitefire. Du hast alles gegeben. Und hast gewonnen. Wurdest aber dann nur Dritter. Weil bei Malkuls hat es dann, ja, gescheitert. Ist halt so. Gut. Ich möchte an dieser Stelle aber auch, wie gesagt, beenden. Ich könnte, wie gesagt, noch eine halbe Stunde über die Tabelle reden. Ich könnte auch vielleicht noch ein paar Clips zeigen aus dem Turnier. Machen wir aber nicht. Vielleicht mache ich das mal ein andermal. Eine komplette Analyse. Und wenn ihr das wollt, könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wollt. Dann können wir das Ganze nochmal durchsprechen, das Turnier. In der Analyse. Dann schneide ich ein paar Zehen zurecht. Und spiele die dann ab. Und rede dann auch darüber, was ich so an Fehlern sehe. Was man vielleicht hätte anders machen können. Und wie die Matches hätten anders ausgehen können. Auch, das möchte ich noch erwähnen. Richtig, richtig begeistert bin ich von Joel vs. Jakuz. Richtig begeistert. Joel, top, top, top. Joel hat da nämlich das gemacht, was ich das ganze Turnier lang vermisst habe. Er hat gewusst, welche Stage er braucht, um Jakuz zu besiegen. Ihr habt alle ganz oft gesagt, in meinem Chat, aber auch in Malkuz seinen Chat. Ich habe die Wiederholung bei Malkuz gesehen. Ganz oft wurde gesagt, mir ist egal welche Stage, mir ist egal welche Stage, mir ist egal welche Stage. Und damit habt ihr dem Gegner geholfen. Ihr habt dem Gegner in die Hand gespielt. Ihr habt quasi gesagt, hier such dir eine Stage aus. Obwohl ihr in der Lage gewesen wärt, für euch die beste Stage auszusuchen. Ihr seid nicht auf allen Stages gleich gut. Das stimmt nicht. Ihr wisst es nur noch nicht. Und Jakuz war auf der Stage, die Joel gewählt hat, nicht gut. Gut, das wusste Joel und hat es ausgenutzt, mehr oder weniger. Er hat die richtige Stage gewählt, um zu gewinnen. Joel, alles richtig gemacht. Und das hat ihr auch zum Sieg verholfen. Top. Jaku ist auch Top-Spieler. Wirklich, also sein Terry, absoluter Wahnsinn, so geil. Also wirklich, war richtig sexy anzusehen. Und das Match gegen Joel war auch mega knapp. Aber, die richtige Stage hat ihm zum Sieg verholfen. Und da muss ich Joel wirklich sagen, er hat alles richtig gemacht. Er hat so viel richtig gemacht, was alle anderen falsch gemacht haben. Malkuls hat auch gewusst, auf welcher Stage er spielen muss, auf Battlefield. Aber alle anderen, glaube ich, haben meistens nur gesagt, ja, mach was du willst. Oder halt typisch Final Destination, obwohl sie selber vielleicht gar nicht wirklich gut sind auf Final Destination. Vielleicht wären sie auf einer anderen Stage besser gewesen. Sie nehmen einfach nur Final Destination, weil sie Plattform-Stages nicht gewohnt sind. Probiert es doch einfach mal ein bisschen aus. Probiert euch aus, wo ihr besser seid. Es gibt acht Stages, acht erlaubte Stages. Dieselben Stages sind übrigens beim nächsten Mal auch wieder erlaubt. Acht erlaubte Stages. Und, ähm, ich weiß nicht, ob noch weitere Stages hinzukommen. Aber es sind auf jeden Fall diese acht Stages erstmal erlaubt. Ähm, könnt ihr euch schon mal so aufschreiben. Die acht Stages, die ich da beim letzten Mal hatte. Gut. Sollten eigentlich bekannt sein. Muss ich jetzt an der Stelle, glaube ich, nicht nochmal aufzählen. Gut. Ähm. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Ähm. Und alles richtig gemacht, Joel. Top. Guter Spieler. Gewusst, was er macht. Er wusste, was er tut. Und das merkte man ihm an. Und wurde vierter. Durch dieses Wissen. Top. Also auch nochmal großer Respekt. An alle Spieler. Aber auch vor allem an Joel. An Whitefire. An Malkuls natürlich. Der trotz Krankheit auf den zweiten Platz gekommen ist. Und man hat ihm die Krankheit auch angemerkt. Nicht nur spielerisch. Sondern auch, man hat ihm das auch angesehen. Und auch in seiner Stimme gehört. Ähm. Tschüsseli. Danke fürs Zusehen. Meldet euch bitte im Turnier. Oder. Ähm. Abonniert mich. Drückt auf die Glocke. Damit ihr die Trainingsmatches nicht verpasst. Da könnt ihr vielleicht dort auch einen Trainingspartner finden. Mit dem ihr zusammen dann spielt. Und ich brauche ja auch noch einen Partner. Ja. Also können wir ein paar Doppelmatches üben. Wäre cool, wenn wir das machen. Und. Tschüsseli.